Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Wir haben heute hier die ein oder andere 20. Unzen Goldmünzen und zwar auf vielfachen Wunsch unserer Zuschauer. So, meine Damen und Herren, und zwar sehen Sie hier eine Auswahl an Gold, ein 20. Unzen Münzen. Hier haben wir jetzt einfach mal exemplarisch das Pferd aus der Luna 2 Serie, die Ziege und den Hahn. Ja, und die Münzen stammen aus dem Jahr 2014, 2015 und 2017. Den Affen haben wir übersprungen, weil den gerade einer unserer Kunden ergattert hat und wir da momentan wieder auf Nachlieferungen aus Australien warten. So, und im Vordergrund, um sie nicht zu unterschlagen, haben wir die 21. Unzen Münzen vom Känguru. Selbst unser Kameramann war hier gerade so begeistert, dass er gesagt hat, wow, die gefällt ihm ja toll. Diese Kapsel, die man hier sieht, ist mal was anderes. Man sieht eben, ist ein bisschen umfangreicher, lässt sich dann auch schön lagern. Ja, also die kommen immer in diesen besonderen Kapseln. Es gab dann auch nach 2000, meine ich, auch diese runden Kapseln. Diese Münze ist jetzt aus dem Jahr 1995. Wir werden uns jetzt erstmal hier die Münzen in der Nahaufnahme mit dem Phonescope, das Sie auch bei uns im Onlineshop finden, ansehen, damit man das Ganze etwas größer sieht. Und das Phonescope von der Firma Leuchtturm stellt dann die Münze auch wirklich in einem besonderen Licht dar. Man kann mit der kleinen Berührung den Fokus so ziehen, dass man sich die einzelnen Stellen anschaut. Seien Sie nicht irritiert von diesen kleinen Maserungen im Vordergrund. Das sind wirklich nur kleinste Staubpartikel, die wir hier sehen. Wir könnten das Ganze sogar bis auf das 60-fache vergrößern. Das heißt, das wäre der maximale Zoom, der hier drin ist. Vielleicht ein, zwei Details zu der Münze. Das Känguru an sich hat einen Durchmesser von 14,1 Millimetern und eine Dicke von 1,4 Millimetern. Ist damit sehr groß wie eine 20. unsere Münze, wenn man sich überlegt, dass selbst die 10. unsere Krügelhand 16,5 Millimeter haben. Das Känguru wird mittlerweile seit dem Jahr 1986 von der Perth Mint geprägt. Auf der Rückseite sehen wir jedes Jahr, wie hier auch zu sehen, die Queen mit einem Nennwert von 5 Dollar. Auch schon die Elisabeth II. Also die hat schon einige Münzsammler-Generationen überlebt. Es ist so, dass die Münzen eine Feinheit von 999,9 haben und die Münzen gibt es auch als ein Zehntel, ein Viertel, ein Halbe, eine Unze. Das gab es zu einem gewissen Jahrgang 2006 sogar die Doppelunzen. Und die Münze gibt es auch als 10 Unzen Münze jedes Jahr und als Kilomünze. Also sie haben eine sehr breite Auswahl. Ja, ansonsten vielleicht noch wichtig zu wissen, die Münzen sollten immer in Kapseln sein, damit sie keine Gebrauchsspuren haben. Und dann können diese Münzen auch als bankenübliche Münzen jederzeit wieder verkauft werden. Wir werden uns jetzt hier im Detail auch noch die Münzen im Hintergrund ansehen. Hier haben wir dann das Year of the Horse, wie Sie sehen, aus dem Jahr 2014. Vielleicht, um es ganz kurz anzureißen, die Luna-Serie hat im Jahr 2008 begonnen mit der Maus. Ging dann in den nächsten Jahren jeweils mit dem Büffel, Tiger, Hasen, Drachen bis zur Schlange weiter. Jetzt werden Sie hier das Pferd, den Hahn und aber auch die Ziege in der Mitte sehen. Die Münzen sind Jahr für Jahr wirklich in dieser selben Prägequalität sehr filigran von der Perth Mint geprägt. Das heißt, es ist eine australische Münze, die aber, wie man hier oben im Vordergrund sieht, den chinesischen Tierkreiskalender anspricht. Und ja, dieser Kalender wird dann mit dieser Serie 2019 enden und 2020 wird es dann vermutlich die Luna-Serie 3 geben. So, jetzt drehen wir das Ganze noch um. Hier sehen wir dann die 2014 im Vordergrund und entsprechend auch, wie detailliert und wie fein diese Münzen geprägt sind. Schauen Sie sich das mal an bei einer 20. Unzen Goldmünze. Sie sehen sogar die einzelnen Haar-Details, ja, und die Kronen und wie detailliert das gemacht ist. Also, es ist wirklich was Besonderes. Und ja, das Einzige, was sich jedes Jahr ändert, ist eben der Jahrgang. So, und hier sehen Sie entsprechend die Ziege aus dem Jahr 2015. Ein Motiv, das es aktuell auch noch zu sehr günstigen Preisen gibt. Die Münzen sind momentan zu haben zwischen 80 und 90 Euro bei unserem Onlineshop. Wenn Sie hierzu Fragen haben, auch einfach jederzeit melden. Jetzt wechseln wir gleich auf das letzte Motiv. Und hier haben wir den Hahn. Der Hahn ist im Jahr 2017 eine ganz besondere Münze. Vor allem finde ich auch die Prägequalität, die Sie in diesem Jahr gezaubert haben, noch eine Nuance besser. Wenn man sich mal anschaut, wie scharf die einzelnen Kanten sind und sich dann überlegt, dass diese Münzen ja nur ein Gewicht von 1,55 Gramm haben, mit dem Durchmesser von 14,1 Millimeter in jedem Jahr, immer gleich groß bleiben und in 20er Rollen am letzten Endes geliefert werden. Ist das auch was für Anleger, die sich sagen, okay, ich steige direkt im September, wenn diese Münzen jedes Jahr erscheinen, mit ein und lege mir einfach eine gewisse Menge, was zu meinem Budget passt, auf die Seite. Der Hahn hat eine ganz besondere Bedeutung und zwar mit dem Hahn die wichtigste Eigenschaft, der Stolz zugeschrieben. Und ich denke, mit dem Stolz kann jeder was anfangen und wer eben gerade hier sich mit identifizieren kann oder im Jahr des Hahns geboren ist, der wird sich bestimmt auch mit diesem Motiv anfreunden. Also in diesem Jahr, das sogenannte Jahr des Feuerhahns, das richtet sich im Prinzip nach dem Mond- und dem Sonnenkalender, beginnt dieses Motiv laut chinesischem Kalender am 27. Januar. Ja, soviel zu diesem Motiv. Wenn Sie jetzt weitere Fragen haben, rufen Sie uns einfach an, wir können Ihnen wirklich alle Details nennen. Ich denke, das würde den Rahmen des Videos sonst sprengen und das Video würde einfach zu lang. Wie gesagt, das Phonescorp finden Sie unten auch in der Infobox, wenn Sie Ihre Münzen im Detail genauer ansehen möchten, ist das ein schönes Werkzeug für kleines Geld. Wir hoffen, Ihnen hat die Auswahl zugesagt. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, dann dürfen Sie mich, Dominik Kettner oder auch mein Vater Jürgen Kettner, gerne für diese Münzen oder zur Bestellung anrufen unter unserer Bestellhotline der 079302699. Ansonsten, wenn Sie Anregungen, Ideen, Kommentare haben, schreiben Sie es gerne in die Infobox oder lassen Sie uns einen Daumen hoch hier. Bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen.